So, hier sind wir jetzt in der Navigator Bar. Das ist einmal ein Mittagsrestaurant für die Leute, die hier All-Inklusive gebucht haben. Außerdem wird abends hier dann ab 23 Uhr umgebaut und wird hier als Disco mit Mehrblick angeboten. Also es sieht auch wirklich hammergeil aus. Also gerade auch die Aussicht, auch hier vorne nochmal. Und hier wird dann abends alles abgeräumt und die Disco dann wieder eröffnet hier.